Schröder trifft. Warum machen Sie, was Sie machen? Stefan Schröder, VAM-Chefredakteur, trifft in diesem Interview-Podcast spannende Gesprächspartner, die einen besonderen Lebenslauf, etwas Besonderes geschafft oder geschaffen haben. Willkommen beim Podcast Schröder trifft Nummer 105 mit Jürgen Wiesmann. Wer ist das denn? Er sitzt auf jeden Fall hier in Wiesbaden. Im Pressehaus, Jahrgang 1969, verheiratet, ein erwachsener Sohn, Beruf Trauerredner. Was er sonst noch macht, werden wir heute auch im Laufe dieses Gesprächs erfahren. Erstmal hallo und schönen guten Tag. Hallo, guten Tag. Ja, Sie trösten hauptberuflich andere Menschen, aber hätten Sie nicht im Moment besonders viel Trost nötig? Na ja, gut, ich sage jetzt mal, ja, wenn Sie darauf anspielen, dass die Fastnacht nicht so stattfindet, wie Sie jetzt gerne, oder wie wir sie normalerweise gerne feiern würden, dann ja klar. Ich sage immer, ein Auge weint, eines lacht. Auf der anderen Seite, das lachende Auge ist, dass wir ja doch ein bisschen was machen können mit Online-Formaten. Wir sind da beim MCC recht kreativ und planen da auch ein paar Online-Projekte. Aber auf der anderen Seite fehlt natürlich der Bezug zum Publikum, wenn die Leute einem, ja, applaudieren, vielleicht, wenn man Glück hat, sogar Standing Ovations entgegenbringen, weil das ist so ein, ich sage mal, eine Kraftquelle, ja. Eine Kraftquelle, die der eigenen Seele gut tut und die ich dann auch wiederum in meinem anderen Teil des Lebens, im Beruf, dann auch an andere Menschen, die dann in diesem Moment beim Verlust eines lieben Angehörigen, gerade nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, dann einfach an die auch weitergeben kann. Diese Energie, die ich dann da einsammle. Für die wenigen, die es nicht wissen, Jürgen Wiesmann tritt in der Fastnacht als Ernst Lustig auf. Ich glaube, schon seit über 20 Jahren jetzt. 2001 war er, glaube ich, Premiere und Ernst Lustig muss durch viele Widerstände des Lebens, er ist mal Schwiegervater, mal Opa, mal Erziehungsurlauber und natürlich zuletzt auch Leidtragender der Corona-Epidemie und deshalb eben auch Homeoffice-Geplagter. Sie haben gerade gesagt, wie sehr Ihnen das Publikum fehlt und was für eine Kraftquelle das ist. Aber frustrierend ist natürlich, wir haben schon im Vorgespräch gerade erwähnt, Sie haben ja schon lange, lange vorher begonnen, sich auf diese Kampagne vorzubereiten. Sie sind ja auch Mitfunktionär beim MCC, bei einem der größten Clubs in Mainz. Wie schwierig ist das jetzt zu improvisieren und sich darauf einzustellen? Sie haben gerade schon mal ein Stichwort genannt, online womöglich Sitzungen zu übertragen. Ja, wir haben natürlich, klar, also nach Rosenmontag, Aschermittwoch ist, wie das Lied schon sagt, am Aschermittwoch ist erstmal alles vorbei. Dann atmen wir mal ein paar Wochen auch durch, weil man muss sich auch mal mental wieder ein bisschen anders einnorden, weil wenn man jetzt gerade so, sage ich mal, sechs, sieben Wochen jedes Wochenende unterwegs war, auch viele Auftritte die Woche über, man steht auf der Bühne, hat mit tausenden von Menschen zu tun, trifft sich mit, trifft viele andere befreundete Akteure hinter der Bühne. Gleichgesinnte. Ja, genau. Und dann ist man erstmal, muss man sich mal wieder dran gewöhnen, dass das alles plötzlich von einem auf den anderen Tag nicht mehr stattfindet. Also da genieße ich auch immer mal so ein bisschen die Ruhezeiten. Und dann haben wir meistens mit dem Vorstand eine Klausur und dann wird die neue Kampagne geplant. Erst ein kurzer Rückblick, was war, wie war es, was war, war es gut, was war nicht gut. Und dann geht es an die neue Kampagne. Und wir alle sind, sage ich jetzt mal, bis Ende Oktober noch davon ausgegangen, dass der MCC sieben Sitzungen plant, die erfahrungsgemäß auch ausverkauft gewesen wären. Und hatten uns da auch zum Teil neue Konzepte so ein bisschen ausgedacht, weil wir auch eine Sitzung mehr geplant hatten, aufgrund des bisherigen Kartenverkaufs auch immer, hatten wir eine Sitzung mehr geplant und wollten da so ein bisschen was Besonderes machen. Geben Sie ein Stichwort? Feierabendsitzung. Einfach mit Kollegen, mit Gruppen und so weiter nach Feierabend auf eine Sitzung zu gehen. Ein bisschen mehr in der Fasnacht erlebe, Spaß haben, anschließend Party. Dann also keine Sechs-Stunden-Programm? Nein, das wäre dann eine kürzere Sitzung gewesen, also mit drei, dreieinhalb Stunden ohne Pause. Und anschließend dann Party. Und das hatten wir also alles geplant. Und dann hieß es auf einmal, nee, also wir kommen mit Saalveranstaltungen, wir kommen wir nicht hin. Und dann musste halt umgeplant werden. Uns hat da, Gott sei Dank, die Erfahrung des letzten Jahres die Sache einfacher gemacht, weil wir auch im letzten Jahr dann schon ein Online-Projekt gemeinsam mit der Prinsengarte hatte. Fast nach TV-Profis praktisch. Ja, 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 ja. Und jetzt, das Format findet also auch dieses Jahr wieder statt. Und wir haben aber auch noch zwei reine MCC-Formate, die... Per digital auch. Die digital. Wie ist das eigentlich bei den Vorträgen, die Sie schreiben? Also Sie haben ja ein Manuskript für jeden Abend. Und Sie haben auch mal erzählt, dass Sie an diesem Manuskript auch weiter arbeiten. Also das ist, das muss, das lebt, auch an der Kritik, auch an dem, was Sie zurückbekommen. Wann fangen Sie denn damit an, sich zu überlegen, worum es in der aktuellen Kampagne gehen soll? Also wenn mir nicht spontan irgendwas einfällt und ich sage, es ist gut, da kannst du was draus machen, dann, ja, dann fange ich meistens mal so thematisch an zu denken, ich sage mal so, ab dem Herbsturlaub. Aber Sie sind so ein bisschen wie ein Journalist, ne? Sie brauchen diesen Druck. Ich bin ein Spätsünder. Also ich mache im Prinzip, ich fange meistens nicht eher an zu schreiben, nicht eher an zu schreiben, als wenn ich so der erste Albtraum hatte, dass ich quasi hinter der Bühne stehe, der Sitzungspräsident sagt mich an und ich sage zum Regisseur, wieso sagt der mich an? Ich habe ja gar keinen Vortrag geschrieben. Ja, also so diese Albträume, die brauche ich dann und bin dann auch immer sehr erleichtert, wenn ich dann wach werde und es dann doch nicht so ist. Aber, ja, man macht sich mal Notizen oder es fällt einem mal spontan beim Fahrradfahren was ein, dann schreibe ich mir das auch auf, ja. Andere fahren Bahn und hören den Leuten zu. Woher bekommen Sie Ihre Ideen? Ja Gott, ich habe auch viel mit Leuten zu tun oder sowas. Ja, das schon. Aber, ja, ich gucke einfach mal oder ich meine, ich bin ja auch zum Teil jetzt um keinen Spruch irgendwie Verleger, also, oder man schnappte mal was auf oder, ja, oder man hat immer selbst irgendein, ein Gedanke halt. Ich bin auch einer, der halt gerne auch so, sage ich mal, den Dialekt quasi nutzt, um Missverständnisse zu kreieren. Ja. Weiter, die es halt im Dialekt gibt, die aber in einer anderen Sprache oder in einem anderen oder im Hochdeutschen eigentlich was ganz anders bedeutet. Ja. Sie sind in Rüsselsheim geboren, aufgewachsen, leben heute noch dort, Opelaner viele Jahre gewesen und trotzdem ist Ihre Hauptheimat der Fasnacht Mainz. Jetzt wissen viele, dass Groß-Gerau, das Bischofsheim und so weiter, dass das mal zu Mainz gehört hat. Aber es sind ja für die strengen Mundadler unterschiedliche Kulturen. Aber für Sie ist das überhaupt keine Hürde. Sie sind da schon relativ früh reingewachsen. Ja, ja. Wie gesagt, ich bin so groß geworden und sogar unser Sohn spricht auch oder kann auch gut Dialekt sprechen, weil ich da auch nicht, ich sage immer, man darf seine Herkunft nicht verleugnen. Ich habe immer überlegt, ich habe mal in einem Manager-Heft die Überschrift gelesen, schadet Dialekt der Karriere. Och Gott, ja. Ja, und dann habe ich nur so für mich gedacht gehabt, wenn das der, dann wären wir aber arm dran. Ja, weil ich sage immer, ich genieße es immer, egal was jemand für einen Job hat, genieße ich es immer, wenn man auch erkennt, wo er herkommt. Finde ich sehr spannend. Und Sie haben auch keinen Volkshochschulkurs besuchen müssen, um Dialekt zu sprechen. Das war bei Ihnen am Küchentisch, oder? Ja, ja. Das ergibt sich so. Sie sind jetzt auch keiner, der da mit den Leuten in die Diskussion geht, ob es mens oder mens heißt. Nein. Nein. Denn wenn man Fernsehfassnacht tauglich sein will, muss es ja auch so eine Art Verstandesdialekt geben. Ja, genau. Also es ist jetzt so, ich war ja auch viele Jahre, war ich ja auch stellvertretender Sitzungspräsident. Ja. Und habe dann da auch das so schon, dass man immer noch gespürt hat, dass man in Mainz ist, aber auch, dass es einer in Hamburg versteht. Ja, ja. Ja. Oder egal, wo die Sendung halt gesehen wird. Es nervt mich tierisch, wenn man so bayerische Filme sieht und man bräuchte eigentlich Untertitel. Ja. Also da sind die Mainzer, glaube ich, sie hätten ja nicht so lange Erfolg mit dieser Sitzung, wenn es nicht so wäre, dass sie verständlich sind. Ja, ja. Aber so jetzt, sage ich jetzt mal, aber auch bei meinen Trauerreden, da versuche ich schon relativ deutlich und auch, ja, hochdeutsch schon zu sprechen. Lars Reichow hat mir mal erzählt, der Mainzer Kabarettist, dass es durchaus unterschiedliche Arten von Humor und Auffassung gibt, ob der jetzt in Buxtehude oder in Berchtesgaden auftritt. Sie waren in Windhoek, also in Namibia und haben dort in der Fasnacht einen Auftritt gehabt. Erstmal waren Sie nicht gestaunt, wie auch ich, dass es da Fasnachter gibt, die auch Deutsch sprechen und Stammtische haben. Wie ist denn der Humor da gewesen und wie sind Sie da angewiesen? Sie waren mit dem Sohn zusammen auf der Bühne, ne? Ich war jetzt mittlerweile zweimal dort gewesen, 2016 und 2019. Also war es das erste Mal nicht ganz so unerfolgreich, wenn man sich wieder... Ja, 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 ja. Das kam ja auch über den MCC, dass die Freunde aus Windhoek jedes Jahr auf eine Sitzung vom MCC kommen. Und es hat sich eine Freundschaft entwickelt, damals noch über unseren damaligen Präsident, der mittlerweile Ehrenpräsident ist. Der Ostseiz. Ne, ne, der Bernd Mühl, sein Vorgänger. Da wurde das schon quasi ins Leben gerufen. Er war ja Erdkundelehrer, ist viel in der Welt rumgereist und interessiert sich auch sehr für die Fasnacht oder auch die unterschiedlichen Fasnachtskulturen. Und dann hat er irgendwann in Repaus, hat er jemanden gesehen, hat er gesagt, die haben eine Kappe auf und eine Jagd, das kenne ich nicht. Und dann hat er die gefragt und hat gesagt, wir sind wahrscheinlich die weitestgereisten Gäste, die ihr heute im Saal habt, wir kommen aus Namibia. Ne. Und dann hat er gesagt, ach, und dann haben die sich, so wie man das dann nach der Sitzung macht, wir trinken mal ein Bierchen zusammen. Und wie man es dann auch immer mal so sagt, wenn ihr mal in der Nähe seid, kommt ihr mal vorbei. Ja, und jetzt haben die natürlich nicht mit unserem Bernd gerechnet, der natürlich als Erdkundelehrer fiel. Wusste, wo das ist, ja. Ja, ja, und dann rief er dann den Heinz Kromrei, Kromrei rief er dann an, in Namibia sagt er, wir wären dann da. Ah, nee. Ja, und dann waren die dann, also auch in Namibia, der Bernd hat viele Jahre auch Reisen organisiert, hier von Mainz aus, sind dann da überall entlang. In die verschiedenen Richtungen von Namibia. Und da ist eine Freundschaft entstanden. Und genau just in diesem Jahr, also 2022, besteht diese Freundschaft zwischen MCC und Windhooger Karneval 33 Jahre, also dreimal elf Jahre. Und insgeheim hatten wir gehofft, dass wir dieses Jahr dieses Jubiläum in Windhoog wieder feiern können. Aber so wie es jetzt aktuell aussieht, wird es das wahrscheinlich nicht geben. Um zu Ihrer Frage zurückzukommen, Sie haben nicht unbedingt den Eindruck, dass man in Afrika ist, ja. Das sind natürlich diese ganzen deutschstämmigen Familien, die auch dort auf deutsche Schulen gehen. Eine deutsche Zeitung, die AZ. Genau, genau. Und ja, haben deutsches Radio, Radio Namibia ist deutscher Sender. Dann hat auch das staatliche Radio, hat einen deutschen Kanal, wo ich bei beiden Radiosendern sogar jeweils dann immer aufgetreten bin oder dabei war zum Interview. Und das ist wirklich sehr lustig. Also wenn Sie dann an der Veranstaltung teilnehmen, gerade an dem deutschen Abend, wo ich dann auch als, also die haben verschiedene Veranstaltungen. Das muss man gerade mal erklären. Ja, ja, nur zu. Es gibt einen internationalen Abend, der läuft auf Englisch. Dann gibt es einen deutschen Abend, der ist rein deutsch. Dann gibt es den Prinzenball, wo dann die Prinzenpaare gekürt werden. Der läuft so, ja, Englisch, Deutsch, Afrikaans läuft das so ab, ja. Ja, und dann noch eine Damensitzung, die ist auch halb-halb, also mit Deutsch. Und da habe ich dann immer so geteilte Auftritte. Wie gesagt, ich kann ja auch singen. Und dann habe ich bei den internationalen Abenden, habe ich dann quasi gesungen, deutsche Fastnachtslieder gesungen. Ich meine, wir müssen uns ja auch im Radio laute englische Lieder hören. Aber ich sage, ich kenne die auch mal auf ein deutsches Fastnachtslied. Schungeln kann man auf Kreis. Und das machen sie auch sehr gerne. Habe dann die Überleitung natürlich auf Englisch gemacht. Aber die Lieder an sich, die die halt auch so von der Fastnacht her kennen, dann auf Deutsch logischerweise. Weil den Ernst lustig jetzt auf Englisch zu übersetzen, das ist nicht möglich. Oh, das ist funny. Ja, ja, das wäre jetzt nicht möglich gewesen. Sie haben es ja relativ einfach vermutlich mit dieser Art von Alltagshumor aus Alltagssituationen. Das könnte ich mir vorstellen, kommt da genauso gut an. Das kommt auch sehr gut an, gerade an dem deutschen Abend. Und das Lustige war sogar gewesen, dass eine, es war beim ersten Jahr, wo wir dort waren, da kam eine Frau zu mir anschließend und sagt zu mir, ob sie ein Foto machen könnte, ob mir ein Foto machen könnte. Und ob ich ein Autogramm hier geben könnte, habe ich das gemacht, habe mir ein Autogrammkart unterschrieben, habe es hier dann gegeben. Dann haben wir das Foto gemacht und da sagt sie, wissen Sie, wir kommen vom Ursprung unserer Familie aus Aachen. Und da sagt sie, und egal ob Aachen, und das habe ich auch schon viel von Kölner und Düsseldorfer gehört, die hat aber gesagt gehabt, auch wenn wir aus Aachen kommen, Freitagsabends ist Mainz. Ja, heilig. Ja, das haben auch viele, viele mir schon gesagt, die aus Köln kommen, Freitagsabends, bin ja auch mit dem Kölner Redner, mit dem Tupus vom Land, bin ich ja befreundet. Und wir tauschen uns auch immer aus, der guckt auch jedes Jahr, Mainz bleibt Mainz. Ja, Fertal, das ist eine Marke. Ja, und das sagt die, und wie ich dann im Radio, also Hydrat und Namibia gehört habe oder auch in der Zeitung gelesen habe, dass sie hierher kommen. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, da kaufen wir uns eine Karte, den will ich immer live sehen. Und das ist ja auch schön. Satellit macht es halt heutzutage auch möglich, dass die auch die ganzen Sendungen oder sowas dort kennen. Ja, das ist richtig. Im Gegenteil, die sind sogar teilweise auch in politische Fragen, sind die besser informiert wie wir Deutschen. Ja, weil sie sich eben noch mehr für Innenpolitik dann interessieren. Aber es sind schon lange auch familiär, also ein guter Freund von uns, mit dem wir dann auch immer anschließend nochmal so zwei Wochen auf Safari dann sind. Und selbst er ist 66 Jahre mittlerweile und ist in Namibia geboren. Und der spricht so ein akzentfreies Deutsch. Wenn Sie den hier aussetzen, würde keiner auf die Idee kommen, dass der eigentlich im gebürtischen Namibianer ist. Und einen Ausweis hat. Ja. Sie sind in der Fasnacht, haben wir gerade schon gesagt, nicht nur als Aktiver, sondern auch als verantwortlicher Funktionär unterwegs. Jetzt auch im MCC-Vorstand und auch als Sitzungspräsident. Macht das Spaß? Ja, klar, es macht Spaß. Also, wie gesagt, seit ich Sitzungspräsident bin, bin ich da im Vorstand. Das ist jetzt seit 2007. Jetzt seit vergangenen Oktober haben wir ja im MCC einen Generationswechsel gemacht. Wir haben mit dem Dr. Florian Zitten einen neuen Präsident. Und Sie sind sein Stellvertreter. Ich bin sein Stellvertreter als Vizepräsident. Und das macht schon Spaß auch. Wir haben ein tolles Team beieinander, wo man da auch jetzt kreativ sein kann. Ja, oder gerade wenn es halt jetzt darum geht, wir müssen halt jetzt mal von einem auf den anderen Tag quasi umschwenken, ist es durchaus schon so, dass wir halt da unsere Erfahrungen haben. Jeder auf seinem Gebiet und da auch schnell sind. Florian und ich, wir kümmern uns auch ums Programm, um den Inhalt, um alles halt. Dann haben wir eine Regie, die sich schon mit den Aktiven dann in Verbindung setzt. Also, das funktioniert sehr gut. Ernst Mühling, viele Jahre hier, ja, Dachau-Vorsitzender, kennen Sie ja auch. Der hat mir mal gesagt, Fastnacht ist eine ernste Angelegenheit. Er wollte das jetzt nicht konterkarieren. Ich nehme mal an, allein die Planung, das Organisatorische, mit Geld umgehen, Risiko, das ist ja wie in einem anderen Verein, der Veranstaltungen macht. Und das ist nicht lustig, sondern da muss man seriös und auch ein bisschen energisch handeln. Absolut. Auch jetzt sage ich jetzt mal, diese Formate, die wir jetzt machen oder die wir im Publikum präsentieren, sage ich mal, die kosten uns ja Geld. Das stecken ja Leute dahinter, die das professionell machen oder die beruflich das Ganze machen. Und wir haben ja im Prinzip keine Einnahmen durch Kartenverkäufe oder sowas. Und da ist es jetzt halt schon so, da muss man dann schon mal abwägen, macht man das? Und da ist natürlich dann die Schatzmeisterin gefragt. Er schmunzelt, das kann man jetzt nicht sehen. Ich habe auch eine in meinem Körse-Club. Die dann halt sagt, ja, können wir machen oder können wir nicht machen. Und dementsprechend muss man es halt dann abwägen, macht man es oder macht man es nicht. Bei einer Antwort habe ich gerade gestaunt. Sie haben gesagt, Sie haben so viele in den Jahren davor Kartenbestellungen gehabt, dass Sie sogar ein neues Format ersonnen haben. Ich wollte eigentlich fragen, ob sich dieses Geschäftsmodell Veranstaltungen machen gegen Kartenverkauf noch lange rechnet. Scheint ja so zu sein. Ja, also das rechnet sich schon. Also ich sage mal, die Fasnacht boomt auch wieder ein bisschen. Also auch gerade bei jüngeren Menschen. Gut, Ihr Sohn, haben Sie gerade gesagt, hat eine eigene Band. Der ist auch in der Fasnacht. Der hat mich früher, als ich noch gesungen habe auf der Bühne und auch als Sänger bei Mainz Blatt Mainz war, mit meinen Figuren wie Vater Rhein, Bayers aus dem Fasnachsbrunnen oder der Hauptgefreide von der Mainz, der Schlappe Gatt, hat er mich ja am Klavier begleitet. Und wir standen zum ersten Mal bei Mainz Blatt Mainz gemeinsam auf der Bühne. Ja. 2007. Da war er acht, neun Jahre. Wahnsinn. Ja, und... Hat er Klavier gespielt? Da hat er Klavier gespielt. Und ich habe dann dazu gesungen. Später mit der Band Handkäs. Und dann dieser Handkäs und seine Musik. Das war dann so eine Geschichte, die er sich dann ausgedacht hatte. Erst wollte er das mit einer Band machen, mit der er eigentlich auch so das ganze Jahr unterwegs war. Die haben aber nicht so gezogen, weil die nicht so die Fasnachter sind oder dann Angst hatte, dass sie eventuell als Fasnachtsmusiker abgestempelt werden in der Szene. Und dann hat er gesagt, dann mache ich halt mein eigenes Ding. Hat dann die Band gegründet. Und ja. Für einen Vater nicht so das schlechteste Gefühl, dass man kein schlechtes Beispiel war. Ja, der macht das unheimlich gern, also auch auf der Bühne stehen. Er ist halt mehr so der musikalische Typ und ist jetzt nicht unbedingt einer, der sich da große Texte ausdenkt oder so. Oder da textmäßig kreativ ist. Aber er ist halt der musikalische. Und wir haben da schon viele gute Sachen gemacht. Also alle Lieder, die die Band Handkäs und seine Musik bis jetzt hat, hat er die Musik geschrieben und ich die Texte. Klasse. Und ja. Mein Eindruck ist sogar, dass es schwieriger ist, für die Fasnacht Musiker zu finden als Vortragende. Also ich war viele Jahre in Düsseldorf, da hat man sich immer die Kölner ausgeliehen. Da gab es überhaupt keine eigene Qualität. Im Rhein-Main-Gebiet ist es so ein bisschen ausgeglichen. Aber es ist ja toll, wenn jetzt die Jungen gerade in der Hinsicht nachwachsen. Also gerade im musikalischen Bereich hat sich viel, sage ich mal, in den letzten Jahren getan. Da kommen durchaus viele neue Gruppen, die sich zusammenfinden. Egal ob von A Cappella gesangen oder ob es ein bisschen rockiger ist oder ob es ein Zwischending ist. Und ja, ich habe halt unserem Sohn einfach nur mit auf den Weg gegeben, du musst halt was machen, was alt und jung gefällt. Ja, klar. Und das haben sie bis jetzt auch ganz gut umgesetzt, wie gesagt. Und auch er war ja 2018 mit seiner Band schon bei Mainz bleibt Mainz. Parallel zum Papa. Parallel zu mir. Das hat es in der Richtung bei Mainz bleibt Mainz auch noch nicht gegeben gehabt, dass aus einer Familie quasi zwei Programmpunkte bestritten werden. Und Sie sprechen überhaupt gern vom Team, Wiesmann, weil das ist nicht nur der Oliver, sondern da gibt es noch andere Protagonisten. Erzählen Sie mir, was für Rollen Sie noch haben im Team. Ja, also zum einen fährt mein Vater mich zu allen Auftritten. Ja, braucht man, ne? Selber fahren geht nicht. Nein, das ist auch so. Manchmal ist man vielleicht auch, weil ein Verein ein bisschen überzogen hat, ist man ein bisschen im Zeitdruck, fährt dann da hin. Und wenn man dann jetzt noch Parkplatz suchen will oder sonst irgendwie was in ein Parkhaus rein und dann fährt er rum, lässt mich raus, wartet im Auto und ich komme dann wieder. Ja, also oder man hat auch immer früher beim Gesang hatte ich ja Kulisse gehabt, das konnte man ja gar nicht allein tragen oder sowas. Außerdem nutze ich auch zwischendrin immer mal ganz gern die Möglichkeit, mal so ein bisschen die Auge zuzumachen und mal nach Sommerauftritt auch wieder ein bisschen runterfahren. Ich meine, man steht 20 Minuten, steht man unter Strom und hat dann vielleicht 20 Minuten, 30 Minuten oder 15 Minuten. Manchmal sind es auch nur 10 Minuten, wenn man nur ein Ort weiter muss. Also ich habe es schon geschafft, innerhalb von 10 Minuten auf der nächsten Bühne zu stehen, also von Rüsselsheim nach Flörsheim rüber. Aber dann steht man auch mit Handy mit den Regisseuren in Kontakt, ich bin jetzt da und da, stehe an der Ampel und dann kommt man da angefahren mit fehende Fahne, wehende Fahne. Und gleich muss der Arzt lustig sein, ne? Ja, ja, man kommt dann an und dann stehen die schon da, da sind die Bühneneingänge, die Türen alle auf, wo man direkt rausgeht, der Techniker steht schon mit dem Headset da und dann alles schnell und der Regisseur gibt dem Sitzungspräsidenten Bescheid, er ist da und dann fängt der an mit der Ansage und dann geht es direkt raus, da habe ich überhaupt keine Zeit, um mich irgendwie aufzurechnen. Haben Sie schon mal das Manuskript vergessen? Oder ist das auch ein Teil des Albtraums? Ne, ich habe das Manuskript noch nicht, ehrlicherweise habe ich es noch nicht vergessen und ab einem gewissen Zeitpunkt in der Kampagne wäre es, glaube ich, sogar gar nicht schlimm, wenn ich es mal vergesse, weil dann habe ich ihn im Kopf. Aber trotzdem, egal wie gut ich den Vortrag kenne, ich würde nie ohne Manuskript auf die Bühne gehen. Weil das Sicherheit gibt. Ja, ja, ich habe auch noch mal, vorsichtshalber habe ich auch noch mal, von da aus gesehen, ist die Frage gut, ich habe auch noch mal ein Manuskript im Auto leer. Weil es kann doch mal sein, wenn er schnell ist. Ja. Und eine Fachfrage, wie groß drucken Sie aus? Auf welcher Schrifttype? Areal 14. Ja, und Sie brauchen auch noch nicht mehr. Noch nicht, ich sehe es auch schon schlecht genug. Aber es gibt so Sachen, an die man gewöhnt ist, die braucht man dann. Und es gibt Kostüme, das ist das nächste Teammitglied. Richtig, das ist meine Mutter, die gelernte Schneiderin ist, die ewige Zeit nichts genäht hat. Und dann, ja, haben wir irgendwie, ich wollte mal... Da hast du gesagt, Junge, wie du wieder aussiehst. Ja, 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 so geht es nicht. Nee, ich habe irgendwas, es kam damals, ich war so diese, ich sage immer Glitzerjackensänger. Mhm. Ja. Gerry Glitter. Wo halt man einfach mit so einer Smokingjacke und Cup und sowas in das Saal geht und die gehen dann auf gewisse Örtlichkeiten und wo man quasi, ja, ich sage mal, ich will das nicht runter, ich sage immer, für mich ist jeder Programmpunkt wichtig, aber es ist tatsächlich... Zu Ihnen hat es nicht gepasst? Es hat nicht zu mir unbedingt gepasst, es hat Spaß gemacht, es war der Einstieg für mich in die Fastnacht, aber ich habe dann meinen Freund Peter Müller, der auch all meine Lieder damals geschrieben hat, mit Musik und ich habe die Texte geschrieben, der hat dann gesagt, du, ich habe da, hörst du mal, ich habe da so ein Lied geschrieben, was meinst du, das wäre was? Und dann habe ich, habe ich gesagt, hat der das schon nochmal gehört? Und dann habe ich, und da sagt er, nee, und dann habe ich gesagt, gut, dann wird er es auch nicht hören, weil das nehme mir. Aha, ja. Habe ich gesagt, ich habe die Idee, wir machen da einen Blödelgesang, der nur mit Klavier begleitet wird und dann beim Refrain steigt dann das Orchester ein und dann gib ihm. Ja. Und das haben wir gemacht und das kam super gut an. Da hatte ich nur zu meiner Mutter gesagt, nee, mir gerade so einen Umhang. Ja. Da war auch damals Prinz, ja, das war 2000. Dann hatte ich so ein, es gab damals auch ein Prinzenpaar 2000 in Mainz, gibt es ja nur zu besonderen Anlässen und dann hatte ich so die Idee gehabt als verhinderter Prinz. Also ich hätte es auch gerne gemacht, aber mich wollte es nicht, so nach dem Motto. Der Frustprinz. Ja, ja, und dann habe ich, und dann haben wir das so gemacht und es kam super gut an. Das Einzige, was mich gestört hat, ich hatte diesen Umhang zwar an, aber, und die Krone, die zu dem Prinz gepasst hat, aber unten drunter war ich wieder dieser Glitzerjackensänger. Und dann hat meine Mutter dann gesagt gehabt, ich nähe dir noch ein Haus. Dann hat die von einem auf den anderen Uftritt, hat die mir noch eine Hose genäht, habe einen Schuh gemacht, die mir golden gespritzt haben und alles Mögliche. Und dann war das Ding perfekt gewesen. Ich habe gesagt, das zweite Lied lassen wir weg, da mache ich lieber von dem Lied noch einen Zugabevers und das war das Beste, was man machen konnte. Und ich war prompt in dem Jahr das erste Mal in der Fernsehsitzung. Ja, nicht zuletzt wegen des Kostüms. Ja, auch einfach, weil es halt so war. Und seitdem hat meine Mutter dann wieder angefangen zur Nähe, auch dann später für der Ernst Lustig angefangen, Anzüge zur Nähe. Auch da hat dann der Vater wieder angefangen, mit dem Stoff vom Anzug Schuh zu überkleben. Das ist alles so. Also da ist sehr viel Detailverliebtheit. Das ist ja wie bei einem Formel-1-Rennstall. Ohne die geht es nicht. Reifenwechsel etc. Genau. Und meine Frau, die muss das alles ertragen. Die hat das Schwierigste. Ja, wobei, die ist auch, die ist von Hause. Die liest ihre Vorträge. Ja, immer mal, die liest mal drüber, ja. Was ist sie von Haus aus? Sie ist alter Jogosgade-Adl. Also die ganze Familie war in der Jogosgade gewesen, sie anfangs auch. Aber dadurch, dass wir als Kasteller Musikanten, bei denen ich ja Vorsitzende bin, und sie da auch aktive Musikerin ist, sind wir ja auch Gartenmusikhörter der Mainzer Ransengarte und auch MCC-Orchester. Und von da aus gesehen kriegt sie das ja auch immer mit und ist auch bei den Sitzungen meistens dann auch mit dabei. Deshalb muss man nicht wörtlich nehmen, was sie auf der Bühne über ihre Familie erzählen, wenn man weiß, wie sie da zusammenarbeiten. Nein, im Gegenteil. Wenn ich mal vielleicht nicht gut ruf war oder irgendwas, da sagt sie schon mal, das war nichts. Also ich habe da, ich sage immer, meine größte Kritikerin sitzt im Orchestergrabe. Und ist auch oft dabei? Ja, also anfangs, wenn das Orchester noch nicht so im Einsatz ist bei Ransengarte oder MCC, da fährst du dann schon mal mit, um das mal zu gucken, mal ein paar Bilder zu machen und kennt ja auch die ganzen Aktiven. Die kommen ja auch mit Frau oder Mann halt da mit, also wo man sich halt einfach kennt. Einfach mal ein bisschen Quatsche halt. Wir haben viel über die Familie erzählt, nachher wird es nochmal um den Trauerredner Wiesmann gehen, Fasnacht. Aber man kann ja dreimal elf Jahre Opel nicht so einfach wegstecken. Der Großvater war schon beim Opel, der Vater. Sie haben Werkzeugmacher gelernt, weil die Eltern gesagt haben, du lernst was Anständiges. Wie hat sie Opel geprägt? Rüsselsheim ist Opel, Opel ist Rüsselsheim, das ist das eine. Ja, man stößt ja überall in dem Ort auf diese Firma, aber gibt es da eine Kultur? Gibt es da Freundschaften? Ja klar, man ist auch jetzt, wenn man nicht mehr da ist, gerade hier war ich jetzt zwei Straßen weiter, hat eine ehemalige Kollegin, die vor mir aufgehört hat, einen Laden eröffnet. Da habe ich jetzt mal kurz noch bei ihr reingeschaut und mal Hallo gesagt, paar Worte gesprochen. Oder man ist auch so mit Leuten noch in Kontakt. Wir haben teilweise auch so eine Art, fast schon ehemaligen Stammtisch. Ja, Opel hat einen geprägt. Es waren reine Familienfeste manchmal. Also ich sage jetzt mal, es waren noch mehr. Es waren beide Großväter waren beim Opel. Dann zwei Onkels. Meine Cousine war beim Opel. Der, ihr Mann war beim Opel. Und es war schon ab und zu manchmal auch, wenn man so eine Familienfeier hatte, es war schon teilweise mal fast eine Betriebsversammlung. Die Freunde ja auch. Ja, weil die Familie halt auch in verschiedenen, der eine war in der Produktion, die anderen waren im Einkauf oder auch so in der Planung. Und dann wurde da schon auch teilweise mal bei Geburtstagsfeiern wegen einem Unternehmen hitzig diskutiert halt, was die eine an der Front quasi, wie man so schön sagt, was die halt nicht so gut finden, was die oben halt planen. Sie sind ja eingestiegen zu einer Zeit, da ging es Opel noch recht gut. Ja, aber das war eine andere Zeit gewesen. Da war, ja, es ging Opel noch gut. Also die Bürgersteige waren nicht mehr golden, aber es waren... Aber man hat schon gemerkt, es verändert sich was. Also ich habe dann auch nochmal ein Studium gemacht. Nach meiner Lehre habe ich die Zeit genutzt, da ich nicht zur Bundeswehr musste, quasi nochmal Maschinenbautechniker zu studieren. Und normalerweise hätte ich die Möglichkeit gehabt, dass ich von Opel freigestellt worden wäre, um zwei Jahre das per Vollzeit zu machen. Und das war bei mir quasi das erste Jahr, wo das nicht mehr ging. Ah ja, da war schon... Da haben die gesagt gehabt, ich müsste kündigen. Und dann habe ich gesagt, ach, und wenn ich das jetzt nicht schaffe... Ich meine, man war ja so ein bisschen aus und lernte draußen. Also, ja, wenn ich das jetzt nicht schaffe und das, das... Ah, habe ich gesagt, das will ich eigentlich nicht. Dann kimmst du vielleicht nicht mehr reu. Und dann habe ich das dann auf mich genommen und habe dann das gleiche Studium in vier Jahren Abendschule gemacht. Vier Jahre, vier Abende in der Woche von Montags bis Donnerstags von 18 bis 21 Uhr. Und tagsüber Firma. Und tagsüber Firma. Ich könnte mir vorstellen, wenn dann Opel so das Husten kriegt, weil es nicht mehr läuft, dann ist ja... Na gut, die Stadt, das wissen wir abstrakt, aber da ist ja bei Ihnen die gesamte Familie betroffen. Ja gut, jetzt mittlerweile war es jetzt nicht mehr so der Fall. In den ersten Zehnerjahren, sage ich mal. Ja gut, es wäre theoretisch die ganze Familie dann betroffen gewesen. Nachher kommen wir nochmal drauf, was das für eine Entscheidung gewesen ist, sich zu trennen. Haben Sie Opel auch schon mal in Ihre Vorträge eingebaut? In der Firmenzeitschrift, habe ich gesehen, war von Ihnen häufiger die Regel. Da war es sehr genau, worüber ich dachte. Ja, 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 das war schon so. Ich hatte auch unseren damaligen Vorstandschef, den Herrn Neumann, den hatte ich mal bei Mainzblatt Mainz getroffen. Und der war so begeistert, der hat dann... Der ist eher aus Bremen, glaube ich, gewesen. Ja, ja, ich weiß es nicht mehr genau. Also auf jeden Fall, und das muss ich ihm hoch anrechnen, wenn wir uns so im Haus gesehen haben, der kam immer zu mir, was natürlich dann Kollegen und Chefs, wenn wir mal da gestanden haben, haben einen Kaffee geholt. Und der kam dann, hat mich gesehen, hat gesagt, kam er zu mir, hat mir die Hand gekriegt und hat gesagt, und Herr Wiesmann, alles klar. Und ja, das war mal lustig, da hat er so einen Town... Der hat Sie auch wiedererkannt, obwohl Sie normalerweise anders aussehen. Ja, 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 ja. Der hatte dann, dann war da auch so Townhall-Meeting, da rief er mich dann auch mal zu, sich dann. Und dann hat er mich dann damals auch dem Personalchef oder Finanzchef, Finanzchef war es gewesen, vorgestellt. Da hat er gesagt, stelle dir mal vor, das ist ein Mitarbeiter von uns hier und der spricht vor Millionen von Menschen und wir machen uns hier den ein paar Leute schon in die Haus. Und dann habe ich nur zu ihm gesagt, ja, aber sehen Sie mal, so geht es. Habe ich gesagt, letztes Mal war ich in der Bütt, jetzt sind Sie in der Bütt. Ja, genau. Also ich habe da auch keine Berührungsängste dann. Ich fand den ja kernig. Aber gut. Der war gut, der hat dem Unternehmen sehr gut getan und auch danach hat man dann gemerkt, dass... Wenn es sofort war, das ging dann an die Franzosen sehr schnell. Wir haben eine Rubrik in diesem Podcast, die heißt Auf ein Wort. In der Rubrik stelle ich jedem sechs Fragen zur Person, persönliche Fragen mit der Bitte, sie möglichst kurz zu beantworten. Sind Sie bereit, Herr Wiesmann? Ich bin bereit, ich weiß aber nicht, was kurz bei mir bedeutet. Ja, das ist dann in meiner Verantwortung. Ja, ja. Vor was haben Sie am meisten Angst? Krankheit. Was ist Ihnen eine Sünde wert? Gutes Essen. Auch der Riesling soll ja aus Rüsselsheim kommen. Absolut. Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Jürgen Wiesmann? Ja, ich achte schon, ja, durchaus auch auf mein Äußeres. Und sonst tut es Ihre Frau, nehme ich an. Genau. Welcher Mensch ist Ihr Vorbild oder haben Sie Vorbilder? Ich mehrere. Also gibt es Heinz Rühmann, Heinz Erhardt, Peter Alexander, Peter Frankenfeld, alles so diese Entertainer da. Alter Schule. Ja. Hättest du beruflich Alternativen gegeben für Sie? Absolut. Mein eigentlicher Berufswunsch war Schauspieler. Da hieß es dann aber, wie Sie schon gesagt haben, etwas Ausständisches gelernt. Und dann in zweiter Linie tatsächlich Bestatter. Und ich habe jetzt mit Ernst Lustig eine Alternative für den Schauspieler gefunden und mit dem Trauerredner zum Bestatter. Genial vereint. Kommen wir nachher nochmal drauf. Ihr größter Wunsch fürs Alter? Gesund bleiben und eine gesunde und glückliche Familie zu haben. Kann man nach den Vorerzählungen gut verstehen. Vielen Dank. Ja, von lustig zu ernst. Wir hatten es gerade. Berufswunschbestatter. Klingt so ein bisschen morbide. Was hat Sie als junger Mann an den Begleiterscheinungen des Todes rundherum fasziniert, interessiert? Können Sie sich noch daran erinnern? Ich kann mich noch daran erinnern. Da wird wahrscheinlich auch mancher der Zuhörer wahrscheinlich sagen, der hat einen Knall oder hat ihn wahrscheinlich vorher schon gehabt. Ich sage auch immer, es würde... Oder er ist Realist. Oder heute in der Zeit würde, wenn ich heute nochmal Kind, Jugendlicher wäre, würde sie sagen, da müssen wir mal einen Psychologe einschalten oder sowas. Nein, es ist tatsächlich das Thema Tod und Trauer hat mich schon immer dahingehend begeistert oder fasziniert, was aus einem Menschen, dass ein Mensch wie Sie und ich, wie wir uns jetzt hier unerhalte, wenn dann der Tag gekommen ist, dass der quasi nur noch eine Hülle ist. Diese Faszination, dass der nicht mehr aufsteht, dass der nicht mehr läuft, dass der kein Wort mehr spricht, dass der nicht mehr atmet und so weiter, dass dieser, dass obwohl es eigentlich der Mensch ist, mit dem er vielleicht zusammengelebt hat, dass das plötzlich nur noch eine Hülle ist. Wie kann das sein und was wird danach? Wie kann das sein oder was passiert da danach? Und Bestatter wäre dann ein Beruf gewesen, der sich ja mit dem danach mehr beschäftigt. Ja, genau. Also es war für mich auch immer eine Faszination, wenn man die Leute dann halt so kannte oder gesehen hat, dass die dann auch in so einem Sarg dann da liegen. Das haben Sie auch selbst erlebt. Ja, ja. Denn viele, wir reden ja nachher nochmal darüber, dass der Tod aus unserer Mitte mehr oder weniger verschwunden ist. Man hat zwar im Fernsehen, können Sie locker auf etwa 100 Leichen so an einem Wochenende kommen, wenn Sie Krimis gucken, aber der Rest in der Realität ist ja weg. Aber Sie haben schon noch Menschen im Tode erlebt. Ja, ja. Großeltern oder... Ja, 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 absolut. Aber auch zum Beispiel bei meinem Patenonkel, dem habe ich sogar bis zum letzten Atemzug die Hand gehalten, wo ich gesagt habe, du hast mich über das Taufbeck gehalten und ich halte jetzt die Hand. Schön. Und das hat er auch noch erlebt. Ich sage mal, er hat es gespürt. Ja, ja, ja. Das sind ja Schlüsselerlebnisse, die einen veranlassen, so zu handeln. Ja. Aber wie erklären Sie sich, dass wir mit dem Tod nichts mehr zu tun haben wollen? Das war ja mal anders. Also es gab Sterbehemd im Schrank und man hat schon zu Lebzeiten alles verteilt und der Tote wurde aufgebahrt in der Wohnung, Friedhöfe direkt in der Dorfmitte. Alles nicht mehr da. Nein, es ist nicht mehr da. Es ist auch die Trauerkultur, die sich anders verhält. Ja, aber ich finde es zum Teil gut und finde es auch gut, dass es sich dahingehend jetzt angepasst hat und es würde auch so manche anderen Institutionen, die aktuell in den Schlagzeilen steht... Sie sind immer noch Katholik? Ich war Katholik. Sind ausgetreten? Ja, jetzt aber erst aufgrund der ganzen Geschichte, wo ich nicht mehr damit einverstanden war und auch gesagt habe, das kann ich eigentlich nicht, weil man könnte vieles ändern. Ja. Ja, und wo ich gesagt habe, das will ich einfach jetzt mit meinem Beitrag. Ich bin nach wie vor gläubig, absolut. Auch bei meinen Trauerfeiern kann ich sagen, ist zu 95 Prozent das Vaterunser dabei. Sie sind kein Konkurrent in dem Sinn? Nein, nein. Zu 95 Prozent ist das Vaterunser dabei und das bete ich dann auch aus voller Überzeugung. Und wenn ich irgendwo in der Kirche bin, mache ich dann auch meine Spende und stelle auch Kerze auf, ja. Aber ich bin aktuell nicht mehr dazu bereit, das zu unterstützen, was da abgeht. Aber Sie sind, ich sage mal, stumm, schweigsam gegangen oder haben Sie einen flammenden Protestbrief an den Pfarrer geschickt oder sogar nach oben? Nein, zu unserem Pfarrer habe ich keinen Bezug. Und es wird ja eh, wenn ich jetzt schon allein sehe, was da wieder alles ist und wenn dann Leute aufstehen und sagen, der Papst hat alles richtig gemacht. Also da hört es halt bei mir auf. Und ich hatte sogar 2017, waren wir mit unserem Fastnachtsstammtisch in Mainz gewesen, äh, in Rom. Und, ja, und wir hatten sogar das Glück gehabt, dass wir eine Papstaudienz besuchen konnten. Und ich hatte auch das Glück, dass ich mit dem Hansi Gret, mit dem Hoppes und mit dem Sascha Jung, der damals noch als Priester aktiv war. Ja, aus Flörsheim, ne? Aus Flörsheim, richtig, dass wir sogar in der ersten Reihe stehen konnten und auch tatsächlich mit dem Papst Franziskus gesprochen haben, haben ihm die Hand gegeben, haben gesprochen. Und er hat auch meine Frau und mich, meine Frau stand hinter mir, eine Reihe hinter mir, aber die durfte auch nicht vor, weil wir gerade ein paar Wochen später hatten wir Silberner Hochzeit. Und da hat er uns dazu auch nochmal gesegnet und so weiter. Und das war schon ein sehr emotionaler und auch bewegender Moment, ja, den ich auch nicht missen möchte. Umso mehr kann man verstehen, wie lange Sie sich damit gequält haben, könnte ich mir vorstellen, auszutreten. Oder war das dann eine spontane Entscheidung? Nein, das war keine spontane Entscheidung. Ich verstehe halt einfach nicht, aber das ist halt meine Sache, das müssen die letztendlich entscheiden. Aber ich verstehe auch gerade mit Zölibat und so weiter. Ich verstehe nicht, warum man nicht in der katholischen Kirche 2022 oder auch in den Jahren davor in der Lage ist, dieses Zölibat den Priestern freiwillig zu überlassen. Ja, ob sie danach leben wollen. Ich möchte niemanden zwingen, dass er sagt, dass er gezwungen wird, da nicht danach zu leben. Aber sie merken doch, sage ich jetzt mal, das hat mich damals schon, als ich bei unserem Pfarrer mit meiner Frau das Brautgespräch hatte. Ja, der erzählt mir was von Liebe und von Familie und so weiter und so fort und wie wichtig alles ist. Und da bin ich damals rausgegangen und da habe ich gesagt, Theoretiker. Wie der Blinde von der Farbe so ungefähr. Ja, und das ist halt, das sind so Sachen, die verstehe ich halt nicht. Und gerade bei dem Sascha Jung ist uns ja, ist der katholischen Kirche ein hervorragender Pfarrer, Theologe durch die Lappe gegangen. Wo ich einfach sagen muss, was dieser Mann verkörpert hat als Pfarrer, das ist eigentlich ein Grund, um in die Kirche einzutreten. Der war nicht nur lustig, der war lebensnah, aber er hat das Pfarramt dann, das Priesteramt aufgegeben. Er hat das Priesteramt aufgegeben, ja, und ist mittlerweile Familienvater und Ehemann. Und das verstehe ich halt nicht. Und auf der anderen Seite kommen immer wieder Missbrauchsskandale und alles Mögliche ans Tageslicht, wo Leute gedeckt werden. Und da habe ich gesagt, da bin ich einfach nicht mehr bereit, das mit meinem verdienten Geld zu unterstützen. Und der Karl Lehmann hat, glaube ich, sogar mal gesagt, ich gebe Ihnen nicht wörtlich wieder, dass gerade dies vielleicht sogar Menschen dazu verführt, unter den Mantel der Kirche zu schlüpfen, die Probleme mit anderen Menschen haben. Ja, wenn das so ist, ist es verheerend, dann kann aber auch keiner der Verantwortlichen sagen, er habe von nichts gewusst. Sie haben sich zu einem sehr mutigen Schritt entschieden. Ja, okay, man kriegte bei Opel eine Abfindung, das war eine Überlegung wert. Trotzdem, erstens nach 33 Jahren, in denen man sich nicht so wahnsinnig viele Gedanken darüber machen musste, was am Monatsende in der Tüte ist oder auf dem Konto, entscheiden Sie sich, jetzt auch nicht mehr ganz so jung, zu einer freien Existenz sich selbstständig zu machen. Was hat dazu gehört, außer Mut? Im Prinzip das, was ich eben fast schon so ein bisschen mit der Kirche gesagt habe, dass ich gemerkt habe, dass ich nicht mehr in diese Welt passe, also in diese Welt bei Opel. Ja, ja, es wurde damals ja Opel verkauft, von den Amerikanern her. Das war schon der Verkauf an Stellantis, an die Franzosen? An den PSA erst, ja. Und die kamen dann halt mit ihren Ansichten und im Prinzip all das, was wir über Jahre, Jahrzehnte halt... Aus Spirit wurde Esprit. Da wurde, da sind wir hingestellt worden, als hätten wir die letzte Woche noch eine Maschine gebaut. Und auch diese Berufserfahrung, einfach zu sagen, das macht doch so bitte überhaupt keinen Sinn. Und wenn man dann einfach nur gesagt kriegt vom Chef, you have to do it. Und dann denke ich, ja, dann mache ich es halt. Und wenn man so sei, sei Arbeit, jeden Tag, man schlägt man schon im Bett die Auge auf und denkt, ja, was wird denn heid wieder kommen? Ja. Dann kam noch dazu, dass mein damaliger Chef, Franzosenchef, dass wir, obwohl wir uns nichts getan haben, beide gespürt haben, dass wir keine Freunde werden. Und Sie brauchen schon eine gewisse Harmonie bei der Arbeit, ne? Ich bin ein absolut harmoniesichtlicher Mensch. Also wenn ich jetzt mit irgendjemandem Krach habe, also ich sage immer, es ist mit mir eigentlich sehr schwer, Krach zu kriegen. Wenn es einem gelingt, dann sollte er sich einen guten Fluchtweg suchen. Aber das kommt zum Glück selten vor. Und wenn mal irgendwie was in der Luft liegt, dann gebe ich eigentlich auch nicht eher Ruhe, bis es geklärt ist. Und das haben Sie bei Opel gemacht. 2018 haben Sie das Angebot einer Abfindung angenommen und sind dann aber auch schon wieder, also Sie scheinen ein Mensch zu sein, der doch gerne lernt. Sie sind dann auf einer Rednerakademie, ne? Ja, genau. Also ich habe, als die quasi dann anfingen, auch Sonderverträge, also mit 40 Stunden und so weiter zu kündigen und alles, trotzdem aber eigentlich erwartet haben, dass man weiterarbeitet, ne? Weil es war ja dann auch am Konto entsprechend weniger. Und dann habe ich gesagt, ich muss hier raus. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, wenn ich wüsste, wie ich hier rauskomme, ich würde es machen. Aber es gab immer mal so Aktionen. Man hat immer gerechnet, hat gesagt, ach komm, solange es doch noch so weiterläuft. Aber da war bei mir jetzt so ein, es war nicht mehr, wie wir vorhin schon mal gesagt haben, wegen den familiären Verhältnissen mit Bezug auf Opel, es war nicht mehr mein Opel. Ja, ja. So wie mir früher immer gesagt haben, unser Opel. Ja. Und so war es nicht mehr mein Opel. Haben Sie immer ein Opel gefahren eigentlich? Ja. Und Sie waren noch keine 50, aber bald, ne? Ein Jahr später, es war ja auch irgendwo so eine Zeitenwende. Es ist, also ich sage jetzt mal, wenn man 33 Jahre bei einem Unternehmen war, in denen Systemen halt überall drin ist, ist mir eigentlich für den Freiemarkt total schade. Verbrannt. Ja. Gutes Bild. Klar, schafft man das immer mal wieder und ich hätte auch wahrscheinlich, aber ich wollte mich einfach nicht mehr, ich wollte mich einfach nicht mehr irgendwo einschließen lassen. Ich wollte im Prinzip, und das haben meine Kollegen so gut bei meiner Verabschiedung dann, oder bei meinem Ausstand haben sie gesagt, jetzt machst du endlich das, was du uns schon mindestens zehn Jahre vorbetst. Wir konnten es nicht mehr hören. Betst. Ja, also es ist, ich habe immer gesagt, ich möchte mit Menschen zu tun haben. Ich möchte, dass meine Arbeit wertgeschätzt wird. Ich möchte mir meinen Tag selbst einteilen können. Ja, und das alles, das sage ich so schön. Und das habe ich jetzt. Sie haben erzählt, dass Sie als Vereinsverantwortlicher in Kastell vor allen Dingen auch nicht selten gezwungen waren, eben auch anderen etwas nachzurufen. Ja, genau. Also da schon ehrenamtlicher Trauerredner zu sein und dass das ganz gut angekommen ist, dass Sie also über diesen Weg dann auch Bestätigung gefunden haben. Und es war mir halt auch ein Bedürfnis, weil Sie auch die Ausbildung dann angesprochen haben gerade, war es halt auch für mich wichtig, weil ich sage immer, nicht jeder, der reden kann, weiß, von was er spricht. Ja. Und das ist halt auch wichtig, gerade bei so einem sensiblen Thema, dass man die Fettnäppsche, in die man treten kann, aber durch eine gewisse Kenntnis nicht treten muss. Und man will nicht dauernd auf der Oberfläche schwimmen, ne? Ja, genau. Und so ist es halt, dass ich eine Ausbildung gemacht habe an einer Trauerrednerakademie. Können Sie in kurzen Sätzen beschreiben, was da der Kern der Ausbildung war? Was Sie, wo Sie gestaunt haben und auch gesagt haben, das wusste ich so nicht. Ja, man kriegt halt einfach Tipps, wie man sich beim Trauergespräch verhalten sollte. Man kriegt Tipps, wie sich eine Trauerfeier aufbaut. Also das kriegt man richtig beigebracht. Ja, einfach wie das Ganze halt gestaltet wird. Wie man Texte schreibt, wie sich eine Trauerrede aufbaut und so weiter. Gut, jetzt mit Textschreiben hatte ich jetzt nicht unbedingt Probleme gehabt. Hätten Sie denen auch noch was beibringen? Und auch vor Leuten zu sprechen, hatte ich auch kein Problem. Aber das ist für viele, die mit Ihnen da die Schulbank gedrückt haben, wahrscheinlich ein Problem gewesen, oder? Ja, da musste sich schon, der eine oder andere musste sich da schon rein denken halt. Was bei mir halt so war, auch während der Ausbildung, als wir dann so Gespräche dann auch hatten, wie man sich denn jetzt fühlt und was man jetzt denkt bei dem Job als Trauerredner. Und dann habe ich halt nur so auch manchmal geäußert, ich bin mal gespannt, wie das so ankommt, weil viele Leute kennen mich ja halt aus dem Fernsehen und in Bezug mit Fasnacht und so weiter und so fort. Und ich habe halt noch zu dem Chef von der Akademie, habe ich sehr gut gerade mit Telefonieren, immer mal so alle eins, zwei Monate. Und da sagt er jedes Mal, ich kann mich noch gut daran erinnern, deine Zweifel, ob es der richtige Weg ist und so weiter und so fort. Aber es hätte nicht besser laufen können. Ich wollte gerade fragen. Weil die Leute kennen einen einfach und haben dadurch auch gleich ein ganz anderes Vertrauensverhältnis zu einem. Es ist ja auch nicht so, wie beim politischen Fasnachter, dass sie über Leute herziehen, die jeder kennt. Sondern in ihrer Rolle als Fasnachter ist ja eher liebenswürdig selbstironisch und da werden ja irgendwelche Rollen veräppelt. Das heißt, es ist ja alles sehr liebenswürdig, man mag sie ja hinterher noch. Ja, ja, ich bin ja quasi einer, der, also ich reche mich ja quasi über mich selbst auf und auch über meine Familie. Also ich tue ja im Prinzip nichts anerst machen, als dass ich den Leuten den Spiegel vorhalte, den Sinn der Fasnacht. Den Spiegel vorhalte und sage, da guckt der Reus, so blöd seid ihr wirklich. Und dann nehme ich ja auch mich zum Beispiel selbst aufs Korn. Ja, also ich sage mal, ich hatte mal in einem Vortrag drin gehabt, als es so um früher und heute ging, wo ich gesagt habe, wir haben unser Essen noch gestern und nicht fotografiert. Aber wenn ich irgendwo bin, dann fotografiere ich das Essen und schicke es in unsere Family Group. Und dann warte ich, dass von der ganzen Familie, hm, lecker und so weiter kommt. Und das sind so Sachen, wo ich halt einfach oder wo ich auch teilweise sage, ja, mir hängt es in Klamotten über die Badewanne und das wird alles irgendwo dann auch mal in einem Thema. Ja, Zahnpastatur bin ich zugebracht. Genau. Und Sie haben ja auch gesagt, es gibt gar nicht so wenig Gemeinsamkeiten mit der Rolle des Trauerredners. Sie treten vor Publikum auf, Sie müssen einen anständigen, stimmigen Vortrag erstellen. Was gibt es noch, wo Sie vielleicht sogar sich gewundert haben, wie ähnlich sich das? Sie sagen, man darf auch schmunzeln? Also ich bin auf jeden Fall für Trauerfeiern oder ich nenne es eigentlich mittlerweile kaum noch Trauerfeiern, sondern ich nenne es mehr Erinnerungsfeiern. Ja, weil wir uns an einen lieben Menschen erinnern. Und das ist auch so, was die Leute auch wollen. Die sagen, wir wollen jetzt nicht nur, und ich trage das auch alles lebendig vor und wenn ich von den Verstorbenen rede, dann habe ich auch immer Lächeln auf der Lippe, um den Leuten halt auch. Und das fehlt mir allerdings bei den Trauerfeiern aktuell auch, dass die Leute halt in der Halle sitzen und man quasi, wenn man mal einen Verstorbenen mit seinen Worten halt zitiert und die lächeln dann halt, dass man das halt nicht so wahrnimmt. Als Redner dann, wo man dann sagt, ach ja, es gefällt mir. Oder so. Weil sie keinen Applaus bekommen. Ja gut, das ist ja klar. Aber auch einfach mal, dass man sagt, okay, das baue ich jetzt ein, das so Anekdote, dass die auch mal lächeln können. Und es ist bei mir auch immer Hoffnung, wie geht es jetzt ohne ihn weiter. Ja, also ich tue da den Leuten schon ein bisschen zuspreche. Und was halt auch ist, bei, kann man sagen, 95 Prozent der Abschiedsgespräche, die ich mit den Familien führe, ist auch ernst lustig ein Thema. Ach ja. Wo die Leute quasi sagen, wir kennen sie ja alles ernst lustig und wenn meine Frau jetzt wüsst, dass sie die Trauer nicht machen. Die wird wieder aufstehen. Ja. Oder viele haben auch schon gesagt, also dass wir sie mal, man wird manchmal auch auf so einen Sockel gestellt, wo ich jetzt von meiner Mentalität her gar nicht hin will. Wo die Leute sagen, ach, dass wir mal sie in unsere Wohnstubsitze haben. Das ist die Prominenz. Und das stellt man sich überhaupt nicht vor. Also ich habe durch den Job als Trauerredner und daher habe ich letztendlich das erste Mal gemerkt, wie bekannt ich eigentlich bin. Ja. Weil auf der Straße erkennt man sie ja jetzt nicht auf den ersten Blick. Ach, es kommt schon doch mittlerweile, also nach all den Jahren jetzt schon mal. Also viele Sachen am Gesicht, aber die meiste Sachen immer noch an der Stimme. Das wundert mich am meisten. Können Sie aus dieser Arbeit auch Ideen für die Rolle als Fastnachtsredner schöpfen? Selten, ja. Und es gibt sicherlich auch tragische Momente. Was Sie jetzt geschildert haben, könnte ich mir vorstellen, das sind Veranstaltungen nach einem gelebten Leben. Menschen, die acht Jahrzehnte, manchmal neun Jahrzehnte leben durften. Aber es gibt ja auch tragische Fälle, wo jemand aus dem Leben gerissen wird. Autounfall, Krankheit etc. Nee, also ich habe einiges schon, also im Prinzip habe ich alles schon durch. Außer jetzt ganz jungen Kindern oder sowas, aber da legt man auch nicht wirklich Wert drauf, das zu machen. Aber alles Suizid, Unfall, junge Menschen, mittleres Alter, ja. Das, wie sagt man so schön, das bleibt ja nicht in den Kleidern. Brauchen Sie da auch eine Supervision, wie man das bei Psychologen auch hat oder ähnliches? Da muss ich ehrlicherweise sagen, bin ich bis jetzt eigentlich gut davon wegkommen. Also ich habe Werte, dass ich das irgendwie mitnehme. Ja. Ja, klar. Meine Frau sagt immer, du verarbeitest das in dem Moment, wo du davon erzählst. Ja. Ja. Und das machen Sie auch? Das mache ich auch, ja. Wenn ich ihr dann immer was erzähle oder manchmal frage, dann halt auch in unserem Freundeskreis oder auch im Bekanntenkreis und wie läuft es so mit deinem Job und so weiter. Und dann fange ich halt auch zu erzählen, ja. Und dann, weil ich halt auch davon begeistert und auch fasziniert bin, ne. Und dann erzähle ich dann schon fast so viel, wo ich manchmal merke, das wollte ich eigentlich gar nicht wissen, ja. Wo dann meine Frau schon mich dann immer so ein bisschen bremst. Ja. Was ich ja extrem interessant finde, dass Sie Menschen schon zu Lebzeiten beauftragen, als Trauerredner aufzutreten. Ja. Kommt es dann vor, dass die sich auch das Manuskript zeigen lassen von der Trauerrede? Ne. Also das kommt nicht vor. Und also ich mache auch Gespräche mit Personen, die quasi kurz vorm Ableben stehen. Sei es jetzt auf der Palliativstation, im Hospiz oder... Weil die sie selber zu sich bitten, oder? Oder auch einer war daheim, der wusste aber schon, dass er ins Hospiz geht. Und das sind immer besonders besondere Momente, die ich dann aber auch in die Trauerrede mit einfließen lasse. Wo ich dann so ein bisschen davon auch erzähle, von diesem Gespräch, dass wir uns da getroffen haben und dass da zum Beispiel ein Therapiehund vom Krankenhaus gerade da war und das alles, was ich so für eine Atmosphäre halte. Oder dass dann an den Wand Bilder von der Familie hingen, wo sie dann immer hingeguckt hat, als sie mir dann vom Leben erzählt hat. Und so Sachen, die lasse ich dann da auch auf jeden Fall mit einfließen, weil es auch für mich Momente sind, wo ich dann auch in der Trauerrede sage, dass ich für diesen Moment des Kennenlernens auch sehr dankbar bin. Eine letzte Frage, vielleicht zu einem letzten Moment. Ist in dieser Tätigkeit bei Ihnen auch die Vorstellung gereift, wie Sie selber später mal von dieser Welt gehen wollen und was dann um Sie herum passieren muss? Man nimmt immer mal was mit, aber es ist jetzt... Das ist jetzt... Ich sage jetzt mal, das Lustige, man macht sich auch... Ich rede auch mit meinen Eltern zum Beispiel nicht über den Tod, obwohl man eigentlich täglich damit zu tun hat. Aber da hat man so eine gewisse Scheu. Das ist ganz klar. Man hat da eine gewisse Scheu. Und das ist wie wenn ein Arzt... Der raucht. Ja. Er fährt auch schnell Auto. Was ich aber für mich mitgenommen habe, dass ich bewusster an mein eigenes Leben oder auch an das Leben der Familie dran gehe. Weil ich halt immer tagtäglich sehe, wie schnell es zu Ende sein kann. Und ich sage immer, das Leben ist ein Abenteuer mit tödlichem Ausgang und es ist noch keiner am Tod vorbeigekommen. Egal wie lange er sich gewehrt hat und egal was für ein großer Bohr er drumherum gemacht hat, er wird immer wieder zu ihm zurückkehren. Und von da aus gesehen, habe ich mir einen Satz abgewöhnt mittlerweile. Das machen wir später. Meine Frau, die sagt mir, muss das jetzt sein? Sag ich, ja, muss es sein. Sag ich, mehr weiß. Und ich habe jetzt gerade letztens wieder einen Trauerfall begleitet, wo es auch hieß, machen wir später. Und dann kam alles anerst. Und da hilft einem auch das später leider nicht mehr. Also wie sagt der Lateiner, Kaper diem, nutze den Tag. Vielen Dank, Jürgen Wiesmann. Gerne. Danke auch. Das war die heutige Ausgabe von Schröder trifft, unserem Interview-Podcast mit Stefan Schröder, VRM-Chefredakteur. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de slash podcast. Ein Angebot der VRM.